Ja, wir waren so lang, sehe ich mal, an einem Wochenende, zwei Tage und ja, das war ganz cool, also ich hoffe, euch gefällt das Video und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video, weil ich habe auch das Haus fotografiert, also das Haus, wo man auch, das war ein Hotel, das war ein, das war ein, das war ein, das war ein, das war ein Hotel und wir haben uns jetzt wohl gefühlt, und dann haben wir uns gedacht, und drinnen nur ein Video, ne, da ich hatte ein Video von mir raus, so von außen und Fotos von innen drin, und ja, ich hoffe, dass ich auch Bock habe, da mal hinzufahren, für zwei Tage lohnt sich das, also, und dann, äh, ich war, ich weiß, begreif ich es nicht. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß trotzdem mit dem Video und ja, tschüss! Okay, ja, wir waren in Zauberland und haben direkt ein wenig Spaß, ich war aufgestattet, haben gewohntes Frühstück und haben gesagt, ich sehe nicht, so war es auch mal, ja, aber es war gut, aber es war gut, es war gut, es war gut, und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anfang des Videos, wir sind zwar hellen wir nach Winterbear, von Winterbear, von Winterbear, von Winterbear, von Winterbear. und ich social aman bin, wirklich cool. Und ja, die Böhnen, die Jungs sind mir aber zeitgünen, am im Team können wir sagen ... Also, wir haben jetzt eben zusammen sehr aufregend Also, bis Februar Heute waren wir, dann waren wir ungefähr 15. Dezember Wir sind auf Hinnensee Bei einer heutige Zeit waren Also, es war wunderschön Eine wunderschöne Freude für Wir haben einen Moment, einen Saktion für den Fall Ich habe einen Saktion für den Flugzeug Das war's für heute. 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 Das war's für heute.